Ich hatte eine Waffe auf meinem Schoß und saß dort, während ich mit Gott sprach. Ich sagte, Herr, ich möchte das nicht tun. Ich bin mir sicher, dass du viel für meinen Mann geplant hast. Wir haben ein neues Album, an dem wir arbeiten, das im Januar erscheinen soll. Außerdem werden wir unsere R&B-Sachen herausbringen. Das Puff Daddy Album. Was ist mit dem Solo-Projekt von Puff Daddy? Die Geschichte von Craig Mack, Rise and Fall, ist eine Erzählung von Versprechen und Tragödien. Als der erste Künstler, der bei Bad Boy Records unter Vertrag genommen wurde, wurde sein Durchbruch-Hit Flava in your ear zum Platinerfolg, der den Weg für den Erfolg des Labels ebnete und die Karrieren anderer Künstler, darunter The Notorious B.I.G., ins Rollen brachte. Doch Mack's Leben nahm eine dunkle Wendung, als seine Gesundheit aufgrund von AIDS-Komplikationen abnahm. Während einige spekulieren, dass Diddy eine Rolle bei seinem Niedergang spielte, deuten andere darauf hin, dass es sich nur um einen Zufall handelte. Trotz seiner frühen Erfolge erlosch Mack's Glanz zu schnell, überschattet von den Kontroversen, die seine Beziehung zu Diddy umgaben. Bereit, die Wahrheit zu enthüllen? Tauchen wir ein in das tragische Leben von Crack Mack, einem der Wegbereiter des Hip-Hop, der von Diddy bis zu seinem herzzerreißenden Ende ausgenutzt wurde. Bevor wir in die Einzelheiten eintauchen, sollten wir einen Moment innehalten und betrachten, wo alles begann. Mack's Frühes Leben und Hintergrund Crack Jameson Mack wurde am 10. Mai 1971 im Bronx, New York, geboren und verbrachte seine frühen Jahre umgeben von der pulsierenden Hip-Hop-Kultur von Long Island. Als Teenager nahm er den Bühnennamen MC Mack an, ein Hinweis auf seine wachsende Leidenschaft für Musik. Während Mack oft mit den Hip-Hop-Legenden Biggie und Diddy in Verbindung gebracht wird, reicht seine Karriere zurück zu einem anderen Schwergewicht, Eric Sermon. Mack knüpfte eine Verbindung zu dem Long Island-Duo EPMD, die die Zukunft seiner Karriere prägte. Er begann als Rhodey für die Gruppe, war aber mehr als nur eine Hintergrundfigur. Seine Beziehung zu Sermon, die 1985 begann, wurde im Laufe der Zeit stärker. Sermon und Parrish Smith, die Gründer von EPMD, hatten große Hoffnungen für Mack und nahmen ihn in ihre Hitsquad auf. Mack's Reise mit EPMD stieß jedoch auf unerwartete Hürden. Der persönliche Zerfall des Duos ließ Mack ohne die Chance zurück, auf die er gehofft hatte. Sermon erinnert sich lebhaft an die verpasste Gelegenheit und erklärt, dass Mack's Zukunft mit dem Label Sleeping Back Records von EPMD verbunden war. Der Plan war, dass Mack seine Debüt-Single Get Down veröffentlicht. Doch als EPMD sich auflöste, verblasste auch Mack's Chance. DJ Scratch, der Mack's frühe Jahre hautnah miterlebte, beschrieb ihn als unschuldig und zutiefst talentiert. Er war ein unterschätzter MC, ein talentierter Beatmaker und eine bescheidene, aufrichtige Persönlichkeit. Leider konnte Mack, bevor er zusammen mit Kay Solo und Redmond ins Rampenlicht trat, aufgrund der EPMD-Trennung wieder von vorne beginnen und kämpfte, seinen Weg zurückzufinden. Als er zu Bad Boy Records kam, war Puff Daddy gerade dabei, sein Traumteam für Bad Boy Records zusammenzustellen. Craig Mack stand kurz vor seinem Durchbruch. Puff hatte bereits Biggie nach dessen Abgang von Uptown Records geholt, war aber immer noch auf der Suche nach weiterem Talent. Eine zufällige Begegnung vor dem Club Mekka in New York City gab Mack die Chance. So erzählt die Geschichte. Alvin, Tony, Pendergast, ein Promoter, der eng mit EPMD verbunden war, stellte Mack Puff Daddy vor. Ob durch Schicksal oder sorgfältige Planung, dieser Moment zahlte sich aus. Puff sah etwas in Mack und begann schnell, den Weg für ihn zu ebnen, sogar indem er ihn für das Remix-Video von Mary J. Blights »You Don't Have to Worry« in seinem Lexus mitfahren ließ. Craig Mack war bald auf dem Weg, der erste Rapper zu sein, der eine Single bei Bad Boy Records veröffentlichte. Seine Mischung aus Charisma, Mikrofonfähigkeiten und einzigartigem Stil passte perfekt zu Puffs wachsender Vision. Mack's Image, oft in Hockey-Trikots gekleidet und an der Seite von Puff und Biggie, strahlte einen selbstbewussten New Yorker Swagger aus. Er war nicht der typische Herzbube, wie Common scherzhaft anmerkte, aber seine griffigen, cleveren Reime waren in einer Hip-Hop-Landschaft, die von Gruppen wie Onyx und Wu-Tang Clan dominiert wurde, schwer zu ignorieren. Mack's Präsenz brachte einen frischen Geschmack, der seinen Debüt-Hit »Flava Inya Air« definierte, der im Sommer 1994 herauskam. Der Track wurde sofort zu einem Erfolg, erreichte Platz 9 der Billboard Hot 100 und erlangte Platin-Status. Das Remix, das Schwergewichte wie The Notorious B.I.G., Rampage, Buster Rhymes und LL Cool J. featurete, festigte nicht nur Mack's Platz im Spiel, sondern half auch Biggies Stern zum Leuchten zu bringen. Crack Mack's Ankunft war ein entscheidender Moment, der Ambition, Stil und rohes Talent zu einem perfekten Bad-Boy-Paket vereinte. Crack Mack's Debütalbum »Project Funk Day World«, erschien am 20. September 1994 und markierte den Höhepunkt seiner frühen Karriere. Das Album enthielt die Originalversion von »Flava In Ya Air«, sowie Singles wie »Making Moves With Puff« und »Get Down«. Letztere wurde Mack's zweiter großer Hit und stieg auf Platz 38, der Hot 100 und erreichte Gold-Status. Mit »Easy Moby« als Hauptproduzenten der Hits wie »Flava In Ya Air« und »Get Down« kreierte, hatte Mack auch einen Anteil an der Produktion. »Puff Daddy« hatte nur einen Gastauftritt auf dem Album und lieh seine Stimme dem Refrain von »Making Moves With Puff«. Trotz der Gold-Zertifizierung wurde »Fun Day World« bis 1995 schnell von dem meteoritischen Aufstieg von »The Notorious B.I.G.'s »Ready to Die« überschattet, das über vier Millionen Exemplare verkaufte. Im Refrain von »Flava In Ya Air« erklärte Mack selbstbewusst »Du wirst nächstes Jahr nicht mehr da sein, aber ironischerweise war es sein Stern, der im Jahr darauf verblasste.« Selbst mit einem Platin-Hit und einem Goldalbum verschwand Mack's Zeit bei Bad Boy Records schnell, als 1994 zu Ende ging. Musikkritiker John Karamanica brachte es treffend auf den Punkt, als er feststellte, dass der überwältigende Erfolg von »The Notorious B.I.G.« Craig Mack ins Abseits drängte, ähnlich wie Tila Rock mit »The Jam« oder »Die Do« auf »Death Row«. Mack, einer der Wegbereiter, wurde plötzlich zur Nebensache. Bis 1995 hatte Craig Mack Bad Boy Records verlassen und hinterließ ein Album, einige R'n'B-Remixe und einige Soundtrack-Beiträge. Sein Abgang war schnell und weitgehend unbeachtet. Ein stiller Rückzug inmitten des tosenden Sturms des Hip-Hop der 90er Jahre. Trotz seiner frühen Beiträge schloss sich Mack's Kapitel bei Bad Boy ohne den Trubel, den sein anfänglicher Erfolg vermuten ließ. Das Leben nach Bad Boy Nach seinem Ausscheiden bei Bad Boy arbeitete Craig Mack mit Eric B. zusammen, der die Rolle des Executive Producers für Mack's zweites Album »Operation Get Down« übernahm. Es gab Gerüchte, dass Mack möglicherweise »Death Row East«, ein Label, das Eric B. und Suga Knight 1996 planten, leiten könnte, aber das geschah nie. Dennoch beinhaltete das Album Produktionen von namhaften Künstlern wie »Johnny J.,«, der mit Tupac und »Prince« gearbeitet hatte, und »Prince Marky D.« von den »Fatboys«. Als »Operation Get Down« 1997 veröffentlicht wurde, schnitt es jedoch schlecht ab. Die Single »Jock in my Style« hatte ein Video, das zeigte, wie Mack sich in eine Party schlich, nachdem sein Stil kopiert worden war, was widerspiegelte, wie er sich vielleicht über seine Übersehenheit in der Branche fühlte. Mack's zweites Album, das über Streetlife Records veröffentlicht wurde, erhielt nicht viel Aufmerksamkeit. Die Kritiken waren lau, und es gelang ihm nicht, die Top 40 zu erreichen oder Goldstatus zu erlangen. Die Lead-Single »What I Need« hatte wenig Einfluss und kam nur auf Platz 16 der Hot-Rap-Singles-Charts. Danach verschwand Mack größtenteils aus der Musikszene, abgesehen von ein paar Soundtrack-Auftritten und Underground-Veröffentlichungen. Im Jahr 2002 machte Mack ein kurzes Comeback. Er trat auf dem Remix von GP's »Special Delivery« zusammen mit P. Diddy, Keith Murray und »Ghostface Killer« auf. Dieser Remix war eine deutliche Anspielung auf seinen früheren Hit »Flava in Your Ear« und erinnerte die Fans an seinen Einfluss bei Bad Boy Records. Obwohl andere Künstler wie Maze und Shine das Label unter umstrittenen Umständen verlassen hatten, zeigte Mack's Auftritt auf dem Remix, dass er weiterhin eine Verbindung zu seiner alten Crew hatte. Er trat auch auf Biggies posthumem Album »Born Again« auf und hatte einen Skit auf Black Rob's zweitem Album, was bewies, dass, obwohl seine Zeit im Rampenlicht verblasst war, er immer noch eng mit der Branche und seiner alten Bad Boy-Familie verbunden war. Craig wird Teil des Overcomer Ministry. In den 2000er Jahren soll Craig Mack nach Süden gezogen sein und wurde tief in eine religiöse Gruppe namens »Overcomer Ministry« in Walterboro, South Carolina, eingebunden. Tyler Huckabee von der Washington Post beschrieb die Gruppe als »hyperkonservativ«. Mack fand in seinem Glauben Halt und teilte diesen sogar durch Musik, indem er Lieder wie »When God Comes« veröffentlichte. Erich Sermon, einer von Mack's engen Freunden, erwähnte, dass Mack diese Gemeinschaft in einer schwierigen Phase seines Lebens entdeckte, indem er AM-Radio hörte. DJ Scratch, ein weiterer langjähriger Freund, war der Meinung, dass Mack mit dieser Lebensveränderung wirklich glücklich war, auch wenn andere seine Entscheidung nicht vollständig verstanden. Es war ein unerwarteter Weg für Mack, der im Suffolk County, New York, aufgewachsen war und Hip-Hop-Legenden wie LL Cool J und Run DMC verehrte. Die »Overcomer Ministry«, geleitet von einem Prediger namens R. G. Stair, hatte jedoch eine umstrittene Geschichte. Stair wurde 2002 wegen sexueller Übergriffe verhaftet, nachdem er von zwei Frauen des unangemessenen Verhaltens beschuldigt worden war. Er gestand später zu geringeren Anklagen und verbüßte eine Haftstrafe. Im Dezember 2017 hatte Stair erneut rechtliche Probleme und wurde wieder verhaftet, unter anderem wegen sexueller Übergriffe, Kidnapping und Einbruch. Trotz der dunklen Wolken, die über dem Anführer der Gemeinde schwebten, blieb Mack bis zu seinem Tod, seinem Glauben und der Gemeinschaft treu. Craig befand sich nicht in einer guten Verfassung. Er durchlebte schwierige Zeiten. Und so kam es, dass er in South Carolina landete, sagte Eric Sermon, als er über Macks Denkweise in seinen späteren Jahren nachdachte. Trotz seines Engagements in der Kirche ließ Mack nie vollständig seine Wurzeln im Rap hinter sich. 2017 veröffentlichte er selbst die Mack World Sessions, eine rohe Sammlung von Aufnahmen, die wie Echos aus einem früheren Kapitel seiner Karriere wirkten. Es war klar, dass Mack immer noch versuchte, seinen Platz zu finden, genau wie vor Jahrzehnten. Vielleicht war es dieses Zugehörigkeitsgefühl, das er schließlich in seinem Glauben fand. Als die Bad Boy Family Reunion Tour 2016 begann, entschied Mack, nicht teilzunehmen. Sein Engagement für die Overcomer Ministry in Walterboro, South Carolina, hatte Vorrang. Während seine ehemaligen Label-Kollegen auf der Bühne wiedervereint waren, rappte Mack für seine Kirchengemeinde und nutzte seine Musik, um seine spirituellen Überzeugungen auszudrücken. Am 21. Mai 2016, während das Tourshow in Brooklyn stattfand, trat Mack vor Gemeindemitgliedern auf und war ganz in seinen Glauben vertieft. Sean Diddy Combs, der Bad Boy Records gegründet hatte, respektierte Macks Entscheidung, die Reunion Tour abzulehnen. Puffy sagte, er verstehe Macks Wahl, sich auf sein Ministry zu konzentrieren und erkannte an, dass es nicht um Ego oder verletzte Gefühle ging. Später stellte sich heraus, dass Macks Entscheidung größtenteils auf seine Gesundheit zurückzuführen war. Er hielt viele Menschen über seinen Zustand im Unklaren, wandte sich jedoch schließlich an enge Freunde aus seiner Kindheit. Craig Macks, letzte Tage Die Gesundheit von Craig Mack hatte sich seit 2014 stetig verschlechtert, begleitet von schweren Symptomen und merklichem Gewichtsverlust. Er vertraute Freunden und Familie an, dass er an Herzinsuffizienz litt, obwohl die genaue Art seiner Krankheit eine Zeit lang unklar blieb. In den Monaten vor seinem Tod verschlechterte sich sein Zustand drastisch. Er wurde bettlägerig und benötigte Hilfe, um zu gehen. Seine Familie besuchte ihn kurz vor seinem Tod, was ihnen die Gelegenheit gab, Abschied zu nehmen. Am 12. März 2018 Zunächst wurde sein Tod auf kongestive Herzinsuffizienz zurückgeführt, eine Behauptung, die weitgehend akzeptiert wurde. Später kursierten jedoch Gerüchte, dass Komplikationen von H.G.V. möglicherweise bedingt durch seine fehlende Medikation eine Rolle bei seinem Tod gespielt haben könnten. Diese Behauptung wurde durch seinen Totenschein bestätigt. Nach seinem Tod ehrte Sean, Diddy Combs, ihn in den sozialen Medien und sagte, Craig Mack, du warst der erste Künstler, der Musik auf Bad Boy veröffentlichte und uns unseren ersten Hit brachte. Du hast immer deinem Herzen gefolgt und hattest eine Energie, die überirdisch war. Du hast an mich und an Bad Boy geglaubt. Ich werde nie vergessen, was du für den Hip-Hop getan hast. Craig Mack wollte seinen Traum leben. Er hatte beobachtet, wie Freunde in den 80er Jahren berühmt wurden und die Menschen um ihn herum in den 90er Jahren zu Superstars aufstiegen. Obwohl ein Großteil seiner Reise von Warten, Hoffen und Reimen geprägt war, gab er niemals auf. Trotz der Politik der Branche, der öffentlichen Meinung und persönlicher Rückschläge nutzte Craig seine kraftvolle Stimme, um seine Botschaft zu verbreiten und hinterließ für immer seinen Eindruck in der Rap-Welt. Wie Diddy Craig, Mack nutzte. Craig Mack wurde bei Bad Boy Records unter Vertrag genommen, nachdem er Diddy mit seinen Freestyle-Fähigkeiten in einem Manhattan-Club namens Mecca beeindruckt hatte. Diddy begann gerade, sein Label aufzubauen und bat Craig, vor Ort zu freestylen. Craig lieferte ab und Diddy war begeistert und nahm ihn unter Vertrag. Sein Hit Flava in Ja, Ihr wurde ein riesiger Erfolg und brachte ihm sogar eine Grammy-Nominierung ein. Der Song war so populär, dass Diddy Craig bat, ihn zu remixen, wobei auch andere Bad Boy-Künstler wie Biggie Smalls mitwirkten. Dieser Remix wurde ebenfalls sehr erfolgreich. Diddys Versuche, Craig und Biggie als enge Freunde darzustellen, waren jedoch weit von der Wahrheit entfernt. In Wirklichkeit konnten Craig und Biggie einander nicht ausstehen. Biggie gab später zu, dass er nicht einmal Teil des Remixes von Flava in Ja, Ihr sein wollte, sich jedoch von Diddy dazu gedrängt fühlte. Auch Craig war zögerlich, aber Diddy drängte sie ins Studio, so dass sie kaum eine Wahl hatten. Diddy bezeichnete sie oft als das Fundament von Bad Boy Records und behauptete, sie seien entscheidend für den Erfolg des Labels. Doch dieses Fundament stellte sich bald als instabil heraus. Nicht lange nach dem Interview verließ Craig Bad Boy Records. Während er Diddy oder dem Label nicht öffentlich schädigte, war offensichtlich, dass etwas zwischen ihnen nicht stimmte. Zu dieser Zeit war nicht viel über Diddys Aktivitäten bekannt, aber aktuelle Enthüllungen deuten darauf hin, dass ein Streit zwischen ihm und Craig nicht überraschend sein sollte. Die meisten Bad Boy-Künstler verließen das Label mit einem bitteren Nachgeschmack. Ein Beispiel ist Tanja Blaunt, die versprochen wurde, dass ihr Album veröffentlicht werden würde, aber letztlich umsonst wartete. Mase hatte ähnliche Probleme mit Diddy, der sich angeblich weigerte, ihm das zu zahlen, was ihm zustand. Und dann gibt es noch Shine, der für ein Verbrechen fälschlicherweise verurteilt wurde, an dem Diddy angeblich beteiligt war. Während Shine seine Strafe verbüßte, wurde er von Diddy vom Label gestrichen. Craig Mack könnte einer der ersten Künstler gewesen sein, die Bad Boy unter schlechten Bedingungen verließen, aber er war definitiv nicht der Letzte. Nach seinem Ausscheiden begann er, seine Erfahrungen beim Label zu teilen, obwohl er darauf achtete, keine Namen zu nennen. Stattdessen sprach er in Andeutung und deutete auf eine Person hin, die versprochen hatte, mit ihm an einem Album zu arbeiten, aber letztendlich hinterlistig war. Es war für jeden klar, von wem er sprach, ohne Diddys Namen zu nennen. Craig offenbarte, dass diese Person ein weiteres Album mit ihm produzieren wollte, aber weniger bezahlen wollte, als er wert war. Dennoch akzeptierte Craig den Deal in der Hoffnung auf das Beste. Doch letztlich hielt die andere Partei ihre Vereinbarung nicht ein, was Craig das Gefühl gab, unterbewertet und betrogen zu werden. Seine Erfahrungen spiegelten die vieler Künstler wieder, die sich in einem Teufelskreis unerfüllter Versprechen und Ausbeutung wiederfanden. Um die Situation zu verschärfen, eskalierte es schnell, als Craig diese Person, von der viele glaubten, dass sie Diddy war, wegen des Geldes konfrontierte. Diddy soll damit begonnen haben, Craig zu bedrohen, was ihn in ernsthafte Unsicherheit versetzte. Craig erinnerte sich daran, dass er dachte, Herr, ich möchte das nicht tun. Aber wenn es hässlich wird und jemand versucht, mir zu schaden, muss ich zuerst handeln, um mich zu schützen. Er nannte Diddy nie direkt, doch die Frustrationen waren offensichtlich. Diddy hatte Craig ständig Unrecht getan, nicht nur indem er seine Rap-Karriere behinderte, sondern ihn auch finanziell ausbeutete. Craig versuchte, den Frieden zu wahren, doch nicht jeder war auf derselben Wellenlänge. Diddys ehemaliger Bodyguard, Gann, kritisierte Diddy offen und war begierig darauf, seine Sicht der Dinge darzustellen. Gann behauptete, der wahre Grund für Diddys und Cracks Streit sei, dass Craig sich weigerte, sich alles gefallen zu lassen. Diddy hatte sich einen Ruf als unzuverlässig in der Branche erworben und viele, die ihm vertrauten, wurden enttäuscht. Ihr Vertrauen in ihn wurde längst, letztendlich von allem beraubt. Craig erkannte schließlich die toxische Dynamik und entschied sich, die Zusammenarbeit mit Diddy ganz einzustellen. Er weigerte sich, sich weiterhin ausnutzen zu lassen. Es war nicht überraschend, als Craig offenbarte, dass Diddy ihn gezwungen hatte, kostenlos zu arbeiten. Diddy hatte Craig so lange belästigt, dass selbst jemand so gelassener wie Craig an seinen Grenzen angekommen war. Die ständigen Drohungen ließen Craig unruhig und gestört fühlen, sodass er darüber nachdachte, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um sich selbst zu schützen. John berichtete, dass die Situation eskalierte, als Craig beschloss, seinen Manager zu wechseln und nach jemandem suchte, der ihn besser unterstützen würde. Diddy war darüber unzufrieden und forderte Craig auf, seinen neuen Manager sofort zu entlassen. Craig blieb standhaft und weigerte sich, nachzugeben. Diddy drohte ihm darauf hin, dass er nicht mehr für Bad Boy arbeiten könne, wenn er den Manager nicht feuere. Diese Situation sorgte für noch mehr Spannungen zwischen ihnen. Diddy hatte den Ruf, kontrollierend zu sein, und es gefiel ihm überhaupt nicht, dass Craig sich durchsetzte. Der Machtkampf schürte die ohnehin angespannte Beziehung nur weiter, was zu einer chaotischen Reihe von Ereignissen führte, die letztendlich Craig dazu brachten, das Label zu verlassen. Er dachte sogar darüber nach, Diddys Leben zu beenden, doch dann geschah etwas. Während er Radio hörte, hörte er Gospelmusik, die seine Perspektive völlig veränderte. Er fühlte, dass Gott sich ihm zuwandte. Die Gedanken an Gewalt verschwanden und er erkannte, dass Gott niemals wollte, dass er sich auf solch schädliche Weise verhielt. Diese Erfahrung war so tiefgreifend, dass Craig beschloss, seine Hollywood-Karriere völlig hinter sich zu lassen. Leider verstarb er im Alter von 47 Jahren und hinterließ viele Fragen zu seinen Erfahrungen mit Diddy unbeantwortet. Obwohl Craig seine ganze Geschichte nicht erzählen konnte, blieb er bis zu seinen letzten Tagen bitter gegenüber Diddy. Tatsächlich machte er in seinem letzten Willen deutlich, dass weder Diddy noch jemand anders aus seinem Umfeld auf seiner Beerdigung willkommen war. Als Craig Mack starb, äußerten viele Prominente in den sozialen Medien ihr Beileid, doch überraschenderweise erschien niemand zur tatsächlichen Beerdigung, nicht einmal Diddy. DJ Scratch war die einzige bemerkenswerte Person, die anwesend war und erklärte später online, dass Diddy behauptet hatte, er wüsste nicht, wann die Beerdigung stattfand. Scratch erwähnte auch, dass Diddy angeboten hatte, die Bestattungskosten zu übernehmen, aber Craigs Familie lehnte diese Hilfe ab. Die Situation wurde zusätzlich durch die religiöse Gemeinschaft kompliziert, zu der Craig gehörte, da sie vielen seiner Freunde oder ehemaligen Kollegen die Teilnahme an der Beerdigung nicht erlaubte. John Deal stellte später klar, dass Craigs Probleme speziell mit Diddy und denjenigen, die mit ihm verbunden waren, zu tun hatten und nicht mit allen. Craig hatte das starke Gefühl, dass Diddy versuchen würde, nach seinem Tod Aufmerksamkeit zu erlangen und leider bewahrheitete sich sein Instinkt. Es wirft Fragen auf, dass Diddy, der seit Jahren nicht mit Craig gesprochen hatte, nach ihrem Streit plötzlich anbot, für Craigs Beerdigung zu bezahlen. Viele fanden es schwer zu glauben, besonders da Diddy weitgehend als der Grund für Craigs Rückgang in der Musikindustrie angesehen wurde. Berichten zufolge nutzte Diddy Craig, um Biggies Karriere zu fördern, in dem er ihn im Remix von Flava in Ja, ihr einsetzte. Nachdem Craig Bad Boy verlassen hatte, sah er sich angeblich der Gefahr des Blackballing durch Diddy ausgesetzt, was erklärt, warum er trotz seines unbestreitbaren Talents und seiner Arbeitsmoral Schwierigkeiten hatte, Erfolg zu finden. Craig war entscheidend für den frühen Erfolg von Bad Boy, da er der erste Künstler war, der einen Song unter dem Label veröffentlichte. Seine Debüt-Single Flava in Ja, ihr wurde ein riesiger Hit, erreichte Platin-Status und brachte ihm eine Grammy-Nominierung ein. Doch trotz dieses frühen Potenzials konnte er der Abwärtsspirale, die Diddy anscheinend orchestrierte, nicht entkommen, die ihn genau so hinunterzog, wie sie ihn zur Berühmtheit erhoben hatte. Craig Mack wurde von Diddy lange, bevor er die Chance hatte, seinen Erfolg voll auszuschöpfen, ins Abseits gedrängt. Tatsächlich fand Diddy schnell einen Ersatz in der Form von The Notorious B.I.G. In einem Interview mit Lil Cease gab Biggie sogar zu, dass er Craig nicht besonders mochte, obwohl Craig zu diesem Zeitpunkt der gefragtere Künstler war. In diesem Konflikt zwischen Biggie und Craig schien Diddy Craig völlig zu ignorieren. Anstatt Craig die Möglichkeit zu geben, von seinem Debüt-Hit zu profitieren, entschied sich Diddy, einen Remix von Flava in Ja, Ihr mit anderen Künstlern, darunter Biggie, zu veröffentlichen und begann, sich auf deren Karrieren zu konzentrieren. Diddy ließ jede Gelegenheit, die sich Craig bot, verstreichen und fabrizierte oft Geschichten in Interviews, um sein Gesicht zu wahren und sein öffentliches Image zu bewahren. Er erzählte kleine Lügen über Craig, der an einem neuen Album arbeitete, was Craig glauben ließ, er sei weiterhin Teil des Bad-Boy-Labels. In Wirklichkeit hatte Craig keine Platten in Arbeit und keine Pläne für ein Comeback, was seine Karriere effektiv zum Stillstand brachte. Trotz seiner Grammy-Nominierung schien es, als wolle Diddy Gott spielen und entscheiden, wer Erfolg haben sollte und wer nicht. Obwohl Diddy eine einflussreiche Figur in der Musikindustrie war, wirft sein Verhalten Fragen zur Integrität seiner Kontrolle über das Geschäft auf. Diddys Ruf, seine Künstler auszubeuten, ist allgemein bekannt. Er nahm allen Geld ab und zahlte weit weniger als das, was sie verdienten, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Mase, ein weiterer Künstler, der mit ihm arbeitete, protestierte offen gegen diese unfaire Behandlung. Als Reaktion darauf forderte Diddy Quittungen und versuchte, die Schuld auf seine Künstler zu schieben. Dieses Verhaltensmuster führte dazu, dass die Fans sich beschwerten, Diddy würde jeden Musiker, den er unter Vertrag nimmt, schädigen. Viele Künstler scheinen ein unglückliches Ende ihrer Karrieren zu haben und leiden unter seiner Kontrolle.